Sanke Sakai Fischform 51 cm Sansai Weiglich Der ist jetzt etwas kleiner Dafür hat er ein super Penny Super Sumi Sehr schönes Weiß Hier könnte man die Zeichnung etwas angleichen Die Japaner machen das Es ist etwas Libani Auch an den Flossen Nichtsdestotrotz Ist es ein sehr sehr hübscher Sanke So Maße her Endmaße her So 65 bis 70 cm Kann der schaffen Aber er hat eine exzellente Farbqualität Sumi Penny Alles sehr sehr gut Wer hier Interesse hat Kann sich gerne melden Dann können wir den auch weiter heldern Das ist kostenlos die Helderung Bis Ende Mai dieses Jahres Also Gern sind wir dazu Auskunftsgabe Telefon bereit Wenn es zeitlich passt Was sind die Auskunftsgabe Schönen Und das ist ein sehr König